Wer bist du? Oha! Eine dieser Götterstatuen aus der alten Zeit. Ja, ich... Oh, ein Schiff. Oh, da hinten wieder Götterhäuser. Häuser aus Götterknochen. Oha, Carly? Ah, ein Schiff ohne Plakette. Hm. Wasserschlauch. Ah, Schlauch. Ahh... Wir werden erstmal vor Anker gehen müssen. Dann wollen wir mal die Insel ein wenig besuchen, wenn wir schon wegen dem Sturm von Anker gehen müssen. Uh, die sind schnell. Ein wenig nach den Ressourcen schauen und Brunhilde ein bisschen ihrer Kampfeslust nachgehen lassen. Okay. Au. Der wüstenmäßig aus. Hier Brasilien. Wenn ich Jute. Welche Hölzer. Gealtertes Holz. Welche Früchte bekommt man hier. Eidelbeeren. Okay. Solche haben wir schon. Nicht so ein bisschen interessant. Ein bisschen weiter ins Innere. Dann können wir das Schiffshorn nutzen. Genau. Und was ist das? Baumwolle. Oh, hi. Dieser Andra hat er denn jetzt die Baumwolle hergeholt. Ah, wenig Baumwolle. Ah, wenig Baumwolle. Für die Herstellung einer exquisiten Rüstung. Und was ist das? Nein. Ich bin jetzt nicht die Baumwolle. Die großen. Nein. Ich bin jetzt nicht die Baumwolle. Ich bin jetzt die Baumwolle. Ja, ich bin jetzt die Baumwolle. Ich bin jetzt die Baumwolle. Und was ist das denn? Ich bin jetzt die Baumwolle. Oh, ja. Ja, auf jeden Fall gleich aufschreiben. Na, was ist das? Das ist die Gisandra. Alles klar. Ich bin jetzt die Baumwolle. Dann gleich den Bären schauen und das dann alles aufschreiben. Das lohnt. Mir scheint eine mächtige Schatzkarte. Das lohnt. Das war's. Käpt'n, ihr müsstet hier vielleicht helfen. Diese verdammten versuchen sich immer wieder in dem Boden zu verstecken und heilen. Das war's. Der zweite Wolf ist hier. Der blockt ja nicht. Der gerade blockt ja doch nicht. Wir sollten sie vielleicht versuchen hier hochzulocken. Die Bölfe sind für diese Art Kampf nicht geeignet. Ich bin nicht mal gespannt. Oh ja. Sieht gar nicht schlecht aus. Ja, ganz nett. Oh Käpt'n, dieses Mal hab auch ich ganz schön Schaden davon getragen. Ah, echt süß. Und Brunnhilde war schon dem Tode nahe. Ach, noch lange nicht. Jetzt nicht mehr mittlerweile, Käpt'n. Nein. Und den Meister darfst du auch mitnehmen. Ich hab's nur mein L gebrochen. Äh, aktuell hab ich die, ähm, Farmen aus, damit die, die gute Bäre nicht, äh, ich hab ihr verboten zu sammeln, damit sie gleich nicht überladen ist. Müssten wir auf den Rückweg machen. Oh, Wolf. Käpt'n, die Bogenschützen. Oh, ich hab's in. Die Bogenschützen müssen weg, die sind das Schlimmste. Nun ja, mit den Wolfen ist es nicht so leicht. Eider, der zweite ständig im Weg steht. Okay, hat sich erledigt. Aber ich sehe keine Bogenschützen mehr, es sind nur noch die großen Dicken. Ja, aber Brunhilde ist nicht mehr in der Lage. Ja, das kannst du vergessen, Junge. Vielleicht solltet ihr euren Tieren was von meinen, naja, Spezial, soll ich das ausdrücken? Meine Spezialmixturen verabreichen. Da können wir tatsächlich später drüber reden. Allerdings war das Problem, dass der zweite Wolf, der Brunhilde, halt tatsächlich immer im Weg stand. Die konnte ihre Schläge nicht wirklich durchbringen. In questi Sommer liegen die Schläge zu können. Ach, die Schläge wird nichtattan. Aber diese Schlägeikut, wenn die Schläge zurückflogen wird, stattdessen ihn ist, sind unsere Schläge zu Arrowd onions. So viel zugeht. Und dann würde ich hier ihnen ins bei Szene gegenseitig sein. Kann ich mich, sonst ruf ich das ganze Schiff. Komm, er oder er genau, gut. Keine Chance. Die muss ich komplett fit sein, dann kriegt sie das auf jeden Fall hin. Und der Bär ist passiert. Komm, 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 komm. Das war's. Die Schatzkarte ist jetzt inaktiv. Ein Lebensbalken. Ah, jetzt. Die Schatzkarte ist jetzt inaktiv. Oha, jetzt weiß ich, was er meint. Volle Breitseite mit. Die Schatzkarte ist jetzt inaktiviert. Die Schatzkarte ist jetzt inaktiviert.